So, herzlich willkommen. Vielleicht kennen wir uns, vielleicht nicht, aber es freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch gerne einmal kurz erklären, was ich hier vorhabe auf dem Kanal und was euch erwartet. Und dieses erste Video soll so ein bisschen eine kleine Einleitung, so eine Vorstellung sein. Einmal kurz meine Person. Ich bin Yannick, ich komme aus Bremen und ich bin Mediengestalter Bild und Ton. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum sitzt der Junge vor der Kamera und nicht hinter der Kamera? Ja, das frage ich mich auch, aber naja, jetzt sind wir immer hier. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich möchte eine kleine Vlog-Serie starten. Und zwar möchte ich ungefähr so meinen Alltag filmen, aber halt schicke kleine Clips, in denen ich einfach ein bisschen rumexperimentiere, meine Kamera ausprobiere, dazu lerne, Fotos mache, einfach alles drum und dran, damit ihr ein schönes Video bekommt und ich einfach mit jedem Video etwas besser werde. Und warum ich das mache, ist eigentlich ganz einfach. Ich will schon immer eigentlich Videos produzieren. Ich habe Bock auf YouTube Videos, ich habe Bock auf YouTube generell und jetzt habe ich natürlich mehr Möglichkeiten mit dem Wissen, das ich habe und mit dem Equipment natürlich auch. Und wo wir gerade bei Equipment sind, ich habe mir vor kurzem dieses Schmuckstück hier geholt, die X100V von Fujifilm. Mit der bin ich eigentlich täglich unterwegs, mache Fotos und deswegen habe ich so viele Ideen für Content, dass ich dachte, es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, so eine Vlog-Serie zu starten. Tja. Nun, jetzt sind wir hier. Das Ding ist, ich fühle mich noch nicht so wohl von der Kamera, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt raus in die Fußgängerzone mit der Kamera in der Hand und laber in die Linse rein. Das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit nicht machen, vielleicht irgendwann, aber wahrscheinlich werdet ihr mich eher in so einem Setup wie hier sehen, wo ich einfach entspannt zu Hause bin, ein bisschen mit euch rede und dann seht ihr halt zwischendurch mal ein paar Aufnahmen, die in der Woche halt passiert sind. Ein paar Aufnahmen habt ihr jetzt ja schon gesehen, aber ich will euch noch ein bisschen was zeigen. Und zwar habe ich letztens einen kleinen Spaziergang gemacht, habe meine Kamera mitgenommen und dieser Clip ist dabei entstanden. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, es kommt jetzt. Einsenklage hier. wipe dieandaise- Einsenklage.. Es ist überall, dass der Ball pasa all will. ע Außerdem bin ich am 2. Januar direkt in den Urlaub gefahren und wir haben uns Utrecht und Amsterdam angeschaut. Da ist auch ein kleiner Clip entstanden. Es war eher so im Urlaub ein bisschen draufhalten, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich hab sie mit und ich will den Karten und ein wenig. Lass mich dann die Karten und ich siehre. Alles gut, gar nichts. Aber ich bin ganz genial. Ich bin da, ich bin sehr nett, dass ich gesagt habe. Ich bin ein kleiner Karten, das mich besser als ich machen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gerne einmal Anregungen, Wünsche, Kritik in die Kommentare. Auch nicht vergessen zu abonnieren, zu liken. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das würde mir weiterhelfen und motiviert mich eine zweite Folge auszuhauen. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.